Die New York Islanders Die New York Islanders aus der NHL haben nur drei Tage vor ihrem Saisonstart den zweimaligen Stanley Cup-Sieger Tom Kühnhackel aussortiert. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Der Stürmer wurde demnach auf die sogenannte Waverliste gesetzt. Es ist heute die richtige Entscheidung für uns. Vielleicht sieht das in zwei Wochen anders aus. Dinge ändern sich, sagte Head Coach Barry totz dem Webportal The Athletic. Kühnhackel droht Abschiebung in die AL Kühnhackel, 26, 2016 und 2017 NHL Champion mit den Pittsburgh Penguins, war im Sommer nach New York gewechselt. Verpflichtet nun kein anderes NHL-Team den Nationalspieler von der Waverliste, geht er zunächst zu den Bridgeport Sound Tigers aus der American Hockey League AL, dem Farmteam der Islanders. Wie es mit Dennis Seidenberg bei den Islanders weitergeht, ist nicht bekannt. Der vertragslose 37-Jährige hat das Trainingscamp absolviert, dürfte es aber kaum ins Aufgebot schaffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020